Leute, herzlich willkommen nach einer Woche Pause zu einer neuen, weiteren Folge Weepster-Podcast mit mir, Uru und Ontan. Was geht, Freunde? Der Boy Ontan war jetzt wieder 80 Jahre in Japan, wird wahrscheinlich bald nie wieder in Deutschland chillen und einfach da hinziehen, so wie ich ihn einschätze, der ist ja nur noch da. Aber für die heutige Folge haben wir uns gedacht, wir gucken mal auf den deutschen Manga-Markt und reden über die neuen angekündigten Lizenzen für Herbst und Winter, die bis jetzt so bekannt gegeben wurden, von verschiedenen Manga-Verlagen. Und ich habe mir mal ein paar aufgemacht, wir reden über die, die wir spannend finden, über die, die wir vielleicht noch nicht kennen. So eine Folge haben wir schon mal gemacht und eigentlich bietet sich das an, wenn neue Lizenzen irgendwie angekündigt werden, dass wir da immer mal ein bisschen was zu sagen. Vielleicht kennen wir viele nicht, vielleicht reden wir darüber, was wir gerne für welche hätten. Ist ja auch alles ganz spannend. Ja, man, safe. Jetzt ist halt so die Zeit, wo so die meisten Lizenzen des Jahres wahrscheinlich angekündigt wurden, alleine wegen der Größe von Carlsen und Hayabusa. Und ja, ist einfach geil, müssen wir einfach wahrscheinlich immer machen, wenn viel kommt. Ja, vor allem, das sind ja jetzt auch alles die, man sagt ja fast schon Herbst-Weihnacht-Lizenzenzen, die auch ein bisschen ins Weihnachtsgeschäft. Rein, rein, äh, Dingsen. Sollen wir vielleicht über, willst du erst über den Big Player bei diesem Lizenzprogramm diesmal reden, und zwar Carlsen und Hayabusa, oder willst du erst über die anderen kurz reden? Boah, lass halt noch über verschiedene Shows reden, so über, über die wir einfach Bock haben zu reden. Okay, ich finde einen ganz interessant, das ist jetzt super random, weil den kennst du vielleicht gar nicht. Ich, äh, ich, ich, vielleicht doch, weil er sieht aus wie einen, den du kennst, aber er sieht vom Cover her für mich interessant aus. Und ich kenne den gar nicht, kommt bei Carlsen, ähm, im September 23 und heißt, äh, Suffer Coatingly Lonely Death. Noch nie gehört. Ist von Hajime Inoriyu und Shota Ito. Das Cover sieht voll geil aus. Ich lese mal kurz, ähm, die Handlung vor. Dann reden wir mal kurz drüber, vielleicht ist es irgendwie interessant, vielleicht klickt's doch bei dir, vielleicht kennst du nur den japanischen Namen oder so, ist bei dir öfter so. Der Polizist Jinsaiki begibt sich nach einer Meldung über einen Einbruch zu einem Herrenhaus. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf ein derart entsetzliches Video, dass nicht nur er, sondern auch alle anderen Ermittler völlig geschockt und fassungslos sind. Dies ist der Beginn eines unbeschreiblich spannenden Krimis voller Leidenschaft, Wehklage und blutigem Wahnsinn. Sagt dir gar nix, oder? Nee. Klingt aber, also wenn du das Cover sehen würdest, ähm, sieht für mich ein bisschen aus wie Innocence oder so, weißt du, also sieht sehr, sehr gut aus. Oh, sehr geil, aber es ist nicht der gleiche Mangaka, also der Name ist anders. Ah, ähm, der Mangaka ist der gleiche wie von Killer Inside, ich hab's grad gekümmelt. Ach, geil, boah, dann werd ich mir den auf jeden Fall reinziehen, Mann, weil Killer Inside ist hella gut. Killer Inside wollte ich letztens im Laden mitnehmen, aber ich wollte nicht so viel Bände kaufen und, äh, Brown hatte mir gesagt, kauf dir den nur, wenn du ihn am Stück liest. Na. Würdest du dazu stimmen? Nö, also, ja, also, ich weiß, was er meint, er hat auch auf jeden Fall recht, es ist besser, wenn du ihn am Stück liest, weil das ist so ein richtiges Plotwitz. Du bist Massaker und, äh, das ist dann besser, wenn du direkt komplett drin bist, als wenn du da immer 20 Seiten brauchst, bis du wieder peilst, was grad abgeht. Okay. Aber ich, ich find trotzdem, dass du den nicht unbedingt am Stück liegen, lesen musst. Aber Killer Inside würdest du mir den prinzipiell empfehlen? Ja, Bro. Kennst du mich ja? Killer Inside ist heftig gut. Killer Inside ist so ein Shure Shot, den würde jeder feiern, egal, wen du den empfiehlst, der wird sagen, der ist krass, Bro. Okay, geil, dann werd ich mir den mal auf die Liste packen und Suffer Coatingly Lonely Death kommt dann auf jeden Fall auch auf meine und wahrscheinlich auch deine Liste. Ja, safe. Wann kommt der? Welcher Monat? September 23. Den hole ich nicht, ja. Also gar nicht so lang. Also das ist so ein Mangaka, der ist richtig krass, Alter, den feier ich übelst, Mann. Das sind zwei, oder? Ja, das sind zwei, das ist ein Team. Voll krass, wie man das immer merkt, Bro. Ich sag dir ehrlich, man merkt immer, wenn es zwei Mangaka sind, daran, dass die Quali in jeder Hinsicht krass ist, aber ich finde, man merkt irgendwie, dass da ein bisschen weniger Charakter und Leben drin steckt. Weißt du, wie ich meine? Das stimmt, weil weniger Fehler gemacht werden. Also es ist oft so, dass du natürlich die eine Person hast für die Story und die eine für die Zeichnungen. Und dadurch kann, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet in der Folge, dadurch können die sich spezialisieren. Das ist ja bei Comics auch so. Aber ich glaube, der Charakter, von dem du sprichst, das sind, ja, dumm gesagt jetzt Fehler, sag ich jetzt mal. Ja, irgendwie halt die Handschrift, weißt du. Richtig, richtig. So, dass du sagst, hey, der ist manchmal ein bisschen komisch in seinen Zeichnungen oder in seiner Story, aber das macht den aus. Ja, es wirkt wie was Ergänztes und nicht wie ein Mensch, der versucht, so seinen Kopf auf Papier zu bringen. Und das hat, finde ich, schon seine Nachteile. Ich finde schon krass, wie man das merkt, Bro. Also ich hätte jetzt drauf schauen können. Genau, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Wenn ich ein perfektes Werk will, jetzt, wo ich suche, das ist perfekt, ohne Ecken und Kanten, müsste ich, glaube ich, eins suchen, wo so viele Leute wie möglich fast schon dran mitgearbeitet haben. Ich finde, wenn einer dran arbeitet, krasser, ich schwöre es dir. Ja, ich meine jetzt ja, wenn man jetzt versuchen würde, ein objektiv perfektes Werk zu finden, ohne Ecken und Kanten, ohne Handschrift, weißt du, einfach wie von so einem Roboter gemacht, perfekt. Da habe ich ja schon mal gesagt, Tagebücher der Apothekerin ist ein gutes Beispiel dafür. Ich finde es dann nicht perfekt, wenn, ich finde es dann irgendwie nicht mehr perfekt, weißt du, wenn zu viele dran arbeiten. Ich finde, da geht so viel Leben verloren, das ist das Problem von Hollywood. Ja, ich weiß, das ist, das ist wieder so ein bisschen, äh, so eine künstlerische Frage und so eine Diskussion, wo man dann auch sagen würde, feierst du eher jemanden, der jeden Ton perfekt singt oder der halt auch mal ein bisschen daneben liegt, aber halt einen eigenen Charakter in der Stimme hat, das ist dann, so eine Sache ist das. Aber ich sehe auf jeden Fall, was du meinst, ähm, und was ich jetzt beispielsweise als gutes Beispiel bringen könnte, wäre, stell dir mal vor, wir nehmen den gehyptesten Mangaka, den wir gerade so am Start haben, Fujimoto, ja, und stell dir mal vor, der würde zu einem Manga nur die Story machen oder nur die Zeichnungen, es wäre einfach nicht das Gleiche. Das wäre eile, das würde mich abfucken, aber es ist schon passiert, also es gab schon One-Shots, wo er nur die Story geschrieben hat und die Zeichnungen kamen von ihm anders. Ich glaube, bei der Story funktioniert es vielleicht bei ihm sogar noch am besten, weil, äh, weil das ihn halt richtig ausmacht, aber ich finde, mit seinen Zeichnungen kommt es erst so richtig rüber, so, weißt du, also. Ja, es gehört irgendwie alles dazu, ich, ich weiß nicht, man, also ich mag diese Kollaborationen schon voll gerne, aber ich finde es schon erschreckend, wie man immer wieder merkt, dass da irgendwie ein bisschen das Herz rausgenommen wurde von dem Werk, wenn es Kollabo war. Okay, die, äh, wollen wir zunächst eine Lizenz springen, weil die ist auch, die ist spannend. Und zwar DRCL Midnight Children von Sakamoto. Ja, voll geil, übel geil. Also, äh, Innocent und The Climber, glaube ich auch, ne? Ja, aber was ich komisch finde, ist, warum haben wir immer noch nicht The Climber in Deutschland? Warum haben wir immer noch nicht The Climber? Äh, ihr müsst wissen, ich habe vor der Aufnahme on time gefragt, ob wir nicht lieber eine Folge machen wollen über Lizenzen, die wir uns wünschen. Hm, und das habe ich nur gemacht, weil ich eigentlich über The Climber reden wollte, weil ich habe den selbst noch nicht mal gelesen, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass er halt demnächst announced wird, weil wir haben jetzt Innocent und wir kriegen das, wo ist The Climber? Also, eigentlich muss demnächst The Climber kommen. Die Sache ist halt, ich glaube, die verkaufen sich sehr schlecht, die Werke, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Image-Ding ist, so, ja, die, äh, Influencer und so werden uns dafür feiern. Wer, wer, wer verlegt den? Passe. Geil, Alter, ich, war heftig. Beziehungsweise Hayabusa. Ja, ja, Hayabusa, okay, aber trotzdem Props, Alter, richtig geil, Mann, weil, ich weiß nicht, Mann, ob Sakamoto in Deutschland überhaupt so wirklich funktionieren kann, aber ich denke mir, wenn ein Werk von ihm funktioniert, dann ist es doch Climber, oder nicht? Wer hat denn Innocent eigentlich verlegt? Ich glaube, Tokyopop, deswegen habe ich vorhin gefragt. Ja, deswegen kriegst du den auch nicht mehr. Warte mal, ich sag's dir gleich. Ja, Tokyopop. Ja, deswegen kriegt man den auch nicht mehr. Toller, toller Verlag. Okay, am Ende des Tages haben wir jetzt diese kleine Spitze auch mal rausgedingst, aber das mit The Climber verstehe ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mal eine Frage an dich. Du hast Climber gelesen, ne? Nee, ich bin das Kapitel 30 oder so. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, aber ich lese den irgendwann fertig. Weil alle sagen mir immer, das ist das Krasseste, was existiert und das, jetzt wollte ich eigentlich das tun. Bro, das sagt gerade jeder, gell? Bei mir ist das auch so. Aber, ich sag, also, ich glaub denen, dass Climber krass ist. Ich glaub nicht, dass Climber krasser wird als Slam Dunk. Ja, aber das Ding, das glaub ich nämlich auch. Ich glaube, das ist ein Top-Ten-Manga, vielleicht sogar. Ja, ich würd, vielleicht Top-Ten-Sport-Manga, würd ich vermuten so. Aber, ich glaube nicht, dass es der krasseste Manga ist. So, weil, ich hab, das Ding ist, Leute, es gibt zwei Arten von Leuten. Es gibt die Leute, die schreiben mir, The Climber ist das Krasseste überhaupt. Und auch recht viele schreiben mir, The Climber ist krass. Und dann kommt immer so ein Aber. Dann kommt, The Climber ist krass, aber Anfang ist super langsam. Und dann wird's krass. Und dann denk ich mir, wenn's ja in die Top-Ten von mir soll, ne? Dann darf's ja fast schon keine Fehler haben für mich. Ich find schon, dass es Fehler haben darf. Zum Beispiel Jojo hat sehr, sehr viele Probleme am Anfang. So, das dauert sehr lange, bis Jojo krass. Trotzdem ist man in der Top-Ten, weil der Rest halt zu heftig ist. Weil's dich emotional ja anders gecatcht hat so irgendwann dann, weißt du? Es gibt schon viele Shows, die mehr Fehler haben und trotzdem in die Top-Ten kommen. Aber, schau mal, ich mach jetzt ne Climber-Review und ich bin circa bei Kapitel 30. Also, das ist überhaupt keine ultimative Meinung. Aber der Grund, warum ich jetzt nicht gehuckt war und warum ich jetzt seit Monaten nicht mehr weitergelesen hab, ist einfach, weil's mir zu über-edgy war. So, es ergibt schon Sinn, dass der Hauptcharakter so drauf ist. So, äh, was bedeutet Leben? Äh, ich muss hier weg, ich muss hier raus und so. Die Stimme, Bro! Aber es ist mir so ein bisschen zu sehr dieses Saske-mäßige, dass er ohne Grund einfach die ganze Zeit so so ein Möchte-Gern-Depri-Film schiebt und so. Und ich, es ist mir so ein bisschen zu über-dramatisiert, weil der klettert da so ne 3-Meter-Mauer hoch, ne, in so nem Kletterladen und tut so, als ob, äh, keine Ahnung, als ob seine Mutter grad gestorben ist und so und du denkst dir so, Digga, du kletterst so ne scheiß 3-Meter-Wand hoch. Und... Ich hab gelesen, dass das ein Schonen ist, das ist gar kein Sanon, ne? Weiß ich nicht. Und ich denk mir so, das ist voll über-dramatisiert. Ich denk mir aber, das wird richtig geil, wenn die Arcs länger werden und wenn die, wenn wirklich was auf dem Spiel steht und so, wenn der da, keine Ahnung, irgendwo hochklettert, wo es schneit und so nen Scheiß. Das könnte schon richtig krass werden. Die Zeichnungen sind richtig geil und es macht auch heftig Spaß. Die Chapter haben richtig Bock gemacht. Aber es ist mir bis jetzt ein bisschen zu über-edgy. Ah, es ist ein Sanon tatsächlich. Ich hab's grad nochmal googelt. Interessant, dass du das so sagst. Also, weil ich zum Beispiel wurde so viel mit Climber konfrontiert, weil ich sehr viel in letzter Zeit über Gipfel der Götter rede von Tanikuchi. Und wenn ich über den Bergsteiger-Manga rede, dann kommt natürlich irgendjemand um die Ecke und sagt, der Climber ist krasser. Und das Lustige ist, was ich bemerkt habe, so, immer wenn mir Leute schreiben, der Climber ist krasser, mach ich Folgendes. Ich schreibe zurück, hast du Gipfel der Götter gelesen? Und dann krieg ich nie eine Antwort. Das heißt, das ist für mich einfach weird, so, weißt du, weil ich kann nicht mal sagen, ob Climber krasser ist oder Gipfel der Götter. Aber Leute haben einfach immer so dieses biased-Ding. XY ist krasser, aber du kannst es doch gar nicht sagen. Ja, safe. Genauso wie wir nicht sagen können, oder wie du nicht sagen kannst, dass Gipfel der Götter besser ist, weißt du? Wichtig, kann ich nicht sagen. Aber die, zum Beispiel, jetzt mit Innocent verglichen, ich rede ja nur über die ersten zwei, drei Bände oder so. Und selbst die finde ich krass. Ich habe es einfach nur nicht weitergelesen, weil ich irgendwas Krasseres gelesen habe gerade. Und zum Beispiel, wenn ich es mit Innocent vergleiche, Digga, Charles ist nicht mal halbwegs so edgy wie der Dude von Climber, aber hat tausendmal mehr Grund, edgy zu sein in diesem Moment. Ich schwöre es dir, in den ersten drei Bänden. Ich habe schon die Inhaltsangabe gelesen von Innocent, die klang schon sehr interessant. Also, ob man was richtig Geiles damit machen kann. Ich finde, Innocent, das, was ich bis jetzt gelesen habe, wenn ich Kapitel 20 mit Kapitel 20, so den Stand vergleiche, war Innocent schon ein gutes Stück krasser. Ich glaube trotzdem den Leuten, dass Climber richtig geil wird, aber ich lasse mir halt Zeit, weil ich gerade nicht so Bock drauf habe. Bevor wir jetzt weitermachen, weil wir müssen halt auch weitermachen, sonst schaffen wir wieder das Folgenthema nicht. Die heutige Folge von Weepster Podcast wird dir präsentiert von WhatsApp Johnny. WhatsApp Johnny ist der Manga-Händler deines Vertrauens. Bestellst du deine Manga unter whatsappjohnny.de, kommen sie ultrasicher verpackt bei dir an. Garantiert, ohne Stoßkanten oder Knicke. Außerdem erhältst du bei Vorbestellungen viele Reihen sogar teilweise eine Woche vor Release und wirst pro Bestellung zusätzlich mit Goodies, Lesezeichen, Stickern und mehr versorgt. Besonders heraussticht der greifbare und sehr persönliche Kundenservice. Der dir sofort hilft und dem du bei Fragen sogar über WhatsApp schreiben kannst. Bestell dir deine nächste Manga-Erscheinung bei WhatsApp Johnny vor und du wirst garantiert zufrieden sein. Aber eine Frage noch, Digga. Hast du gerade einen Manga am Start? Kennst du das, wenn du so hardstuck bist? Du kannst dich einfach nicht, über Monate nicht dazu bringen, weiterzulegen. Weil du hardstuck bist irgendwie. Habe ich 50 Manga am Start, bro? Ich liest so. Ich habe gerade, ich habe genau einen am Start, wo es so ist. Ich habe so viele, Mann. Ich bin hardstuck, Digga. Ich bin hardstuck in der Fischmenscheninsel. Ich habe das Nik gesagt. Shoutout an Digga an dieser Stelle. Hast du mit in Japan, hast mit ihm gechillt. Ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Ich habe mit ihm darüber geredet und er meinte, wenn man bei One Piece irgendwo hardstuck ist, dann bei der Fischmenscheninsel. Ja, true. Das ist so absurd. Ja, aber ich würde schon sagen, dass man jetzt New World von One Piece, also so die zweite Hälfte, da kann man sehr, sehr oft stecken bleiben. Ich finde auch, dass man in Wano sehr krass stecken bleiben kann, weil es da sehr viele zähe Stellen gibt. Krass, krass. Die Arcs werden halt länger und One Piece, Real Rap, One Piece hat, ist halt so krass vorhersehbar und wiederholt sich. Sag mal ein Manga, wo du gerade hardstuck bist und warum? Ja, der Climber halt. Ah, okay, dann bist du hardstuck wirklich. So, dass du nicht, dass du mal kurz nicht liest, sondern du willst gerade auch einfach nicht. Ja, ich, Bro, das ist halt schwer zu sagen. Ich habe immer, keine Ahnung, ich habe ehrlich sau, sau viele Manga und bei mir ist das eigentlich so gang und gäbe so. Da sind einfach, keine Ahnung, in meiner Apps sind jetzt über 150 Manga und voll viele davon sind einfach so seit Monaten, seit Jahren teilweise einfach so bei Kapitel 80 und es geht nicht weiter so. Aber das ist schwer zu sagen. Das ist halt bei mir der Normalzustand so ein bisschen. Mhm. Ja, vor allem, du liest ja auch fast alles weekly gefühlt. Dann kommen wir mal zu den nächsten Lizenzen. Wir haben von Carlson noch Der Geschmack nach Melone. Sieht spannend aus, aber kennst du wahrscheinlich nicht. Klingt irgendwie geil, finde ich. Klingt voll geil. Cover sieht auch gut aus. Die Geschichte handelt von Kiyuchi, der gerade eine Trennung hinter sich hat und eine Bleibe braucht. Er fragt einen Barkeeper in der Bar, die er häufig besucht, Nakayo, ob er nicht weiß, ob ein Zimmer ... Ach, das ist ein Boys Law. Warte, lass mal über was reden, was ich gelesen habe. Takopi kommt bei Hayabusa, glaube ich. Oder bei Carlson, eins von beiden. Ist das Happiness? Nein, nein, Takopi's Original Sin. Der hat irgendwie ... Ah, du meinst Takopi und die Sache mit dem Glück? Ja, ja, der hat irgendwie so einen komischen Namen in Deutschland. Und noch mal geil. Zwei Bände ist richtig, richtig krass. 16 Kapitel, das ist so einer der geilsten 16 Kapitel Manga, die es überhaupt gibt. Da hab ich richtig, richtig Bock drauf. Der kommt bei Carlson. Ich hab mir den sogar schon vorbestellt. Der kommt im Oktober, 24 Jahr, 10 Jahr kommt der raus. Und da hab ich so unfassbar Bock drauf. Der ist Hammer. Aber auch nur, weil ich von dir so viel schon davor gehört hab. Du hast den sogar mir mal empfohlen. Daran wirst du dich nicht erinnern. Ja. Aber schon vor Monaten hast du mal gesagt, richtig geiles Ding, zieh dir das mal rein. Ja, ich liebe den, Mann. Ich hab den, glaube ich, auch in meiner Top 50. Stark, dass die den bringen, oder? Also Carlson, generell Hayabusa, macht zurzeit sehr viel richtig, muss ich sagen. Also bei Takopi hab ich mich eh gefragt, warum das so verdammt lang gedauert hat. Weil, keine Ahnung, der war übelst erfolgreich weltweit. Und der hat zwei Bände, was kannst du damit falsch machen? Und der ist halt einfach heller gut. Und gerade macht der Mangaka übrigens, hat grad seinen aktuellen Manga, läuft auch in der Shonen Jump. Ich hab den Namen vergessen. Ichinosis Family oder so heißt der. Auch richtig geil. Okay, geil. Ich freu mich auf jeden Fall auf Save of Takopi. Die nächsten Sachen, die wir von Carlson noch kriegen, ich weiß nicht, ob du überhaupt den online liest oder so. Wir kriegen wieder zwei Junji Ito-Sagen. Fragments of Horror und Groaning Drain. Und das ist krass, weil das kommt ja immer in diesen krassen Ausgaben. Und ich denk immer, die haben jetzt bald mal alles. Aber wie viel hat denn der Mann bitte gemacht? Alter, Ito hat richtig viel gemacht. Aber ich muss sagen, Ito, ich feier den. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir denk, dass ich so richtig darauf hante irgendwie, weißt. Ich glaube, der ist einfach, der ist, der ist einfach so, der Safe Play, wenn du was Horrormäßiges bringen willst in Deutschland. Ja, ja, klar. Der Name, Standing. Das kaufen Leute. Alleine auch aber die Ausgaben, wie die gemacht sind. Wenn du alle hast, kommst du schon krass rüber im Regal. Voll. Also, die sehen killer aus. Aber ich hab auch, ich hab nur Usumaki und Shiver gelesen. Ich hab mal überlegt, mir mehr Sachen von ihnen zu holen. Aber ich hab einfach so oft andere Sachen irgendwie, die wichtiger oder spannender für mich sind. Ich fang jetzt bald an Blade of the Immortal zu lesen. Geil, Mann. Bei Ito muss ich auch sagen, ich finde, man fühlt sich immer voll wohl bei seinen Zeichnungen. Ich fang an Ito weg an, denk mir, ja, irgendwie voll geil, Mann, wieder so bei den Zeichnungen zu sein. Weil ich mag dieses Team schon richtig gerne. Da fühlt man sich so zu Hause. Es ist immer ein Abenteuer. Also, es ist immer so, du kannst gut chillen, finde ich, zu Ito. So, das würde ich fast schon sagen. Ja, also, aber keine Ahnung. Der hat bei mir auch, wie du schon gesagt hast, nicht so hohe Priorität. Aber was ich von ihm unbedingt jetzt lesen will, ist No Longer Human. Der hat seine eigene Version davon gemacht. Kennst du das? No Longer Human? Oh, spannend. Das will ich ja schon voll lange. Da gibt's ja, glaube ich, mehrere. Ich weiß nicht, ob das nur Ito ist, der Manga dazu gemacht hat oder ob es noch andere Mangaka gemacht hat. Ich glaube, die Original-Story ist von Dazai. Osamu Dazai. Und der Dude hat sich, glaube ich, nachdem er das geschrieben hat, einfach straight up umgebracht. Ja, ich habe das auf Wikipedia gelesen. Ich glaube, das heißt auf Deutsch irgendwas mit Mensch. Ach, scheiße. Scheiße auf den deutschen Namen. Und dann Ding, äh, dann, also ich glaube, der hat das als Roman geschrieben oder so und dann haben drei oder vier verschiedene Mangaka, Alter, sorry, Motorrad. Dann haben drei oder vier verschiedene Mangaka, äh, den quasi einen Manga umgesetzt und die sollen alle geil sein. Und der einzige Grund, warum ich es noch nicht gelesen habe, ist, weil ich einfach die geilste Version als erstes lesen will und ich nicht weiß, welche die geilste Version ist. Der heißt im Deutschen einfach nur gezeichnet. Das ist schon ein geiler Titel. Gibt es den auf Deutsch, No Longer Human? What the fuck? Äh, halt den Roman, ne? Ach, gibt es den auf Deutsch? Ja, ja, gezeichnet heißt der. Alter, ich glaube, ich baller mir den rein. Baller dir den wirklich rein, weil ich habe den auch, ich habe den die ganze Zeit so auf, wenn es um Bücher geht, ist der so das Nächste, was ich eigentlich lesen will. Mir auch, ja. Der klingt mega spannend. Allein der Titel No Longer Human ist schon fucking spannend. Ah, wenn wir schon dabei sind, was wir so demnächst machen wollen. Ich will demnächst endlich Bungo Stray Dogs als Anime schauen, weil ich glaube, der ist richtig geil. Das ist ein Sinen, der aber so richtig diese Shonen-Vibes hat, weißt, mit so großen Squads. Also es wirkt wie ein Shonen, aber ist anscheinend ein Sinen. Also klingt wie ein overpowereder Shonen einfach. Ich bin bei Folge 5 auch seit, keine Ahnung, seit Jahren klebe ich da drin fest, Alter. Fand es aber komplett geil. Und da ist Osamu Dazai ein Charakter. Also der Autor von No Longer Human ist dort ein Charakter. Oh, wie geil. Oh, wie geil, Bro. Und der will die ganze Zeit Selbstmord machen, der Typ. So wie Osamu Dazai halt. Und seine Homies halten ihn immer davon ab und so. Richtig stabil, Bro. Unnormal. Ja, aber schon krass, Digga. Ja, wild. Was hier noch gedroppt wurde, was Hayabuda sehr oft in ihren Storys geteilt hat. Ich weiß gar nicht, ob man das kennen muss, weil die haben es so oft geteilt, dass ich das Gefühl habe, ich muss es kennen. M-A-D-K, M-A-D-K, keine Ahnung, von Ryo Susuri. Wegen seines seltsamen Hobbys und seiner ungewöhnlichen sexuellen Neigung wird Makoto bereits seit langer Zeit ausgegrenzt. Eines Tages findet er ein Buch über die Beschwörung von Dämonen und versucht sich an dem Ritual. Makoto schafft es, den würdevoll, schönen und ziemlich gesprächigen Erzherzog J zu beschwören. Das ist wieder ein Boys Love. Digga, was? Digga, es sind immer Boys Love, wenn man sie nicht kennt und sie fame sind. Aber manchmal klingen sie spannend, Digga. Oder dann denkst du dir, es geht nur ums Ficken. Du hast so voll die geile Zeichnung auf dem Cover. Die catchen dich nur. Du hast voll die geile Prämisse. Und dann denkst du dir, hä? Scheiß auf die, Digga. Was Carlson noch angekündigt hat, ist The Beginning After The End. Ich weiß nicht, ob du daran interessiert bist, weil das ist halt, oder Hayabusa, irgendwer. Weil das ist halt Ding. Es ist halt so, ich würde sagen, richtig, richtig so für 16-Jährige. Aber es ist safe. Geil, finde ich. Ich liebe Tebate. Ich glaube, dir wird er nicht taugen, weil es ist so typisch Isekai-Shonen-mäßig. Aber es ist quasi, in einem Satz gesagt, Solo-Leveling in geil. Und Solo-Leveling ist nicht geil, sondern mit. Ich hasse Solo-Leveling. Ey, Junge, ich mein's gar nicht böse, Leute. Ich lieb euch, gell. Aber ich krieg echt oft, also ich hab Klingen der Wächter geteilt von China Books. Geiles Ding übrigens. Safe. Und hab so von zwei, drei Leuten DMs gekriegt mit. Hast du auch mal vor, Manuars zu lesen. Und da gibt's auch echt geile, diesmal Solo-Leveling, Digga. Und ich dachte mir so, Digga, ich hab das abgebrochen, Nachbarn 2, weil es so predictable ist. Und so, äh, so. Also, wenn ihr mir geile Manuars empfehlen wollt und ihr kommt mit Solo-Leveling, schwierig, Digga. Solo-Leveling ist ein richtiges Problem, Bro. Weil der ist halt echt, jeder, der mehr als zwei Manuars gelesen hat, wird sagen, Solo-Leveling ist nicht krass. Jeder, der in seinem Leben noch gar keinen oder ein Manuars gelesen hat und einfach nur cool rüberkommen will, sagt, Solo-Leveling ist krass. Ich schwör, jeder, der wirklich Manuars liest, der feiert das... Nicht ansatzweise so wie diese ganzen Leute, die es halt hardcore feiern. Und ich schwör's dir, Tebate ist halt original, das ist viel, viel, viel bessere Solo-Leveling und war, glaub ich, sogar auch schon früher draußen, Alter. Spannend, spannend. Ähm, was ich auch spannend finde, ist, du hast ja auch mal Klingender Wächter gelesen, du hast ja gesagt, du hast das schon voll lange, äh, auf dem Schirm. Der kriegt doch, glaub ich, einen, äh, chinesischen Anime, das heißt ja nicht Anime, sondern anders. Der kriegt einen Anime, ja, ich schwör, das war... Aber... Alter, darüber hab ich schon vor Ewigkeiten auf TikTok geredet, Alter. Bro, ich glaube, ich hab ja jetzt die ersten vier Bände gelesen, dieser Anime, der kann so geil werden, weil... Hast du einen Trailer gesehen? Klingender Wächtert richtig... Nicht, es gibt einen Trailer schon? Digga, der Trailer ist animiert, Bro, das sieht so sexy aus, Alter. Es sieht so... Digga, diesen Trailer gibt's seit drei Jahren, ich schwör's dir. Ich hab Ding, 2022, also ich hab, glaub ich, Ende 2021 oder so ein Video gemacht, auf welche Animes freu ich mich nächstes Jahr. Und da war Klingender Wächtert dabei, der ist halt einfach nie erschienen, weil der die ganze Zeit nach hinten verschoben wird und da war der Trailer schon draußen. Der ist unnormal krass, Bro. Oh, ich hab so Bock, Digga, auf den. Ich glaub, das wird mal wieder nach langer Zeit ein Anime, den ich mir gern reinziehe. Also, ihr wisst ja, ich mag Animes nicht so gerne. Ich glaube tatsächlich, und dann, dass diese Folge eine reine Carlsen-Heir-Busa-Folge wird, weil die haben noch so viel Lizenz, wir sind gerade mal bei der Hälfte. Ja, Mann. Lass doch in den nächsten Folgen über die anderen Verlage reden. Ja, safe. Dann machen wir jetzt eine Carlsen-Folge daraus, weil ich lass jetzt mal die ganzen Boys-Laufsachen weg und Sachen, die uns eh nicht interessieren. Geh weiter und dann seh ich einen, der heißt Museum, das ist ein Einzelband, 36 Euro. Hab ich gelesen. Kennst du? Ja, Mann, find ich voll geil, weißt du warum? Weil, erstens ist es ein Murder-Mystery, der, find ich, sehr gut darin ist, diese Fragezeichen aufzuwerfen und dass du so Bock hast, weiterzulesen und so. Der Frosch, Mann. Ey, so geil, Bro. Und zweitens ist das alles so mit Moral verbunden, weißt du, wie so eine Waage, die immer ihr Gleichgewicht halten soll. Zum Beispiel, da ist so eine Frau, die lässt ihren Hund einschläfern und dieser Mörder, der... Der Frosch, Mann. Der Frosch, Mann, der lässt dann die Frau so mäßig einschläfern und so mit so einem Mord und so, weißt du, der begeht zum Morde und will, also, das ist jetzt kein Spoiler, das ist Kapitel 1, der hat so eine bestimmte Moral, quasi wieder so ein Gleichgewicht zu erschaffen. Und das ist so ein bisschen Johann-mäßig, dass du die ganze Zeit überlegst, erstens, wer ist es, was macht er, warum macht er das? Boah, den bestell ich vor, Digga. Und was ist seine Intention, weißt du, was ist sein Beweggrund, was ist das für eine Denkweise und so? Also, Digga, und vor allem, dann erinnert es mich... Klingt genau nach was für mich. Klingt genau nach was für mich. Ist, glaube ich, auch fett kurz, hat, glaube ich, nur drei Bände oder so, kann das sein? Ist ein Band und kostet 36 Euro, deswegen wollte ich dich gerade fragen, preis gerechtfertigt. Alter, 36 Euro, what the fuck, warum? Ist teuer. Übel teuer. Ist gebunden, ist wie die Junji Ito-Dinger. Ja, es könnte, also ich weiß nicht, die Edition wird bestimmt geil sein, also die werden dir keinen normalen Band für 36 Euro geben, aber ich würde den mir holen, ich finde den sehr geil. Und es erinnert mich halt so hart an Hotline Miami. Kennst du Hotline Miami? Ja. So geil, Bro, mit diesen Masken und so, diese Froschmaske, die knallt mich einfach, Alter. Ähm, was ich tatsächlich dich jetzt im Zuge dessen mal fragen möchte, äh... Bro. Was sagst du eigentlich? Ich hab eine Good-bye-Eri-Review gemacht, ne? Ja. Vor kurzem. Und da hatte ich auch Kommentare mit, äh, 12 Euro Frechheit, alles wird immer teurer. Was sagst du preislich? Findest du, die Entwicklung ist, äh, bedenklich oder sagst du eher, hey, lieber kriegen wir Sachen wie Taco Pie und die Sache mit dem Glück oder, oder Museum oder was auch immer so, aber zahlen halt mehr, als dass wir's nicht kriegen. Ja, Bruder, die ganze Lage in Deutschland ist bedenklich, Alter. Wir zahlen hier die hängengebliebene Steuern, Alter. Alles wird immer teurer. Also, mir kommt's einfach vor, als ob ganz Deutschland einfach den Bach runter geht und der Manga, weißt du, was ich halt frech finde? Also, die wissen, Fujimoto ist ein Name, wo die Leute zugreifen und ich weiß ganz genau, die machen das dann aufgrund davon teurer und nicht aufgrund von irgendwas anderes. Und das find ich so ein bisschen frech. Generell find ich's teilweise frech, wie die mit uns Lesern umgehen, weil, Digga, wir sind keine Anime-Watcher, die 10 Euro im Monat ausgeben und dann alles kriegen und trotzdem meckern. Wir geben für ein scheiß Band 7, 8 Euro aus. Also, wir sind, wir sind... Minimum inzwischen. Genau, wir sind keine billige Kundschaft und trotzdem wollen die uns teilweise verarschen und so. Und das find ich dann schon ein bisschen, ein bisschen wack, Digga, ohne Spaß. Und Ontan und ich sind halt auch, äh, also Leute wie wir, sind halt auch Leute, die, ähm, also, es bleibt bei uns ja nicht bei diesen 8-Euro-Mangern, ne? Wir kaufen ja hauptsächlich eigentlich so 20-Euro-Mangern oder 25, also diese krassen Sachen, so. Und ich hab letztens mit meiner Frau drüber geredet, deswegen fand ich das voll spannend, weil, ähm, die meinte so, stell dir mal vor, du bist wieder 15, so, ne? Und du hast 50 Euro Taschengeld im Monat. Ja, Digga. So, und du willst Monster lesen oder 20-Century-Boys. Und ich krieg auch voll oft Nachrichten von euch jetzt da draußen oder von irgendwelchen Zuschauern, die mir schreiben, hey, Bro, ich konnte mir jetzt den ersten Band Monster kaufen, ich bin schon so gespannt. Und eigentlich ist es voll krass, ähm, dass ihr euer, euer, ihr habt ja nicht viel Geld zur Verfügung, wenn ihr nur Taschengeld kriegt. Wenn, ne, ihr kriegt 50, 100 Euro und dass ihr dann so krass auch, äh, Wert auf unser Wort legt und davon Sachen kauft, eigentlich voll scheiße, dass das alles so teuer ist, so, weißt du? Also, also, die müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen, aber ich denk mir, voll schade, stell dir mal, wir empfehlen die ganze Zeit Peak am Stück, Digga, und die Leute müssen sich auch noch entscheiden, so, weil nicht jeder, äh, kann so viel Geld da reinbuttern. Ähm, was die jetzt sich jetzt holen wollen, das, das ist schon schwer, Digga, also, also, ich lese ja so gut. Ich hab, ich hab, ich hab hier Mangas, da steht drauf, äh, äh, 5 Mark. Ja, also, ich, ich lese so gut wie gar nichts mehr, eigentlich in Buchform, das ist gar nicht so jetzt rebellenmäßig oder so, sondern ist irgendwie so gekommen, weil, was weiß ich, Digga, jeder Manga-Einkauf bei mir kostet 300 Euro, und dann denk ich mir auch, äh, die meisten Sachen lese ich sowieso, zum Beispiel Doro e Doro, so, der kommt in Deutschland raus, alle zwei Monate ein Band, irgendwann, nach Band 4 oder so, dachte ich mir, leck mein Arsch, Digga, hab ich den online einfach zu Ende gelesen und jetzt kauf ich die Volumes und lese die nicht, weil ich die ja schon gelesen hab. Irgendwie, weiß nicht, Bro, ich, also, ich lese... Ja, weil du es einfach irgendwie, ja, noch unterstützen willst, dass wir mehr Lizenzen von dem Manga getrieben haben. Ja, weil ich halt schon damit angefangen hab. Aber nicht jeder hat halt diesen Luxus auch, so, weißt du, sich, äh, also, ich musste mir das auch fünfmal überlegen, ob ich Blade of the Immortal jetzt, äh, Digga, das hat schon elf Bände, da kostet einer 25 Euro, das ist wieder 250 Euro allein für die Reihe drin. Also, also, die Scheiße, dieser ganze Manga-Markt ist viel, viel, viel zu teuer. Ich weiß jetzt nicht, ob die, äh, geizig sind oder ob das generell an irgendwas in Deutschland liegt, wo wieder angeblich die Welt untergeht, deswegen müssen wir es, äh, den Preis verdreifachen. Keine Ahnung, was, was schuld ist, aber es ist auf jeden Fall viel zu teuer, wenn du es mit jedem anderen Land vergleichst, die Mangas verkaufen, vor allem mit Japan, wo einfach jeder Scheiß drei Euro kostet. Und ich brauch auch keine fetten Editionen, ich brauch kein längeres, breiteres DIN A4-Buch, das ist mir scheißegal, gib mir die kleinen Versionen, mir geht's um den Inhalt, der Rest ist mir Schwanz. Seh, ja, 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 kann ich sehen, ähm, deswegen... Kommen wir mal weiter, damit wir... Deswegen lese ich auch die ganze Zeit Mangas auf irgendeinem Gammellaptop, Digga, weil es mir einfach scheißegal. Alles, Bro, mir geht's um den Inhalt, Mann. Ja, safe, safe fühle ich auch, also ich, natürlich ist bei mir auch immer so der Sammleraspekt noch mit dahinter, aber selbst ich komme inzwischen an, 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 es ist eine Plattsache auch, und ich komme auch an Bredouillen, wo ich mir denke, Ja, die Reihe kostet mich jetzt schon fix 300 Euro, wenn ich die einfach mal auf... und die ist nicht mal vergriffen. Es ist traurig, dass man darüber nachdenkt, über den Preis, weißt du? Safe, safe. Und jetzt kommen wir aber zu meiner Lieblingsankündigung von Carlson Hayabusa. Pandora Hearts Pearl Edition. Ja. Wir kriegen Pandora Hearts 2 in 1, ist das nicht geil, Leute? Also ich muss den jetzt endlich mal irgendwann lesen. Ich hab den immer noch nicht angefangen. Ja, aber spart ihr das Geld einfach um diesen Boden. Ich hab ja ein paar Bände daheim, mir wurden die geschickt. Und deswegen, ich hab auch Bock drauf, aber ich... Von wem denn? War das jemand, der dich hasst? Nein, das war ein Ding. Wishlist-Pakete, glaub ich. Ah, hast du drauf gemacht, weil du ein bisschen dich selbst hasst, ne? Na. Gut, dann kommen wir zu anderen coolen Sachen. Und skippen einfach die uncoolen. Und reden über... Ah, das ist meine absolute Lieblingsangekündigte Lizenz. Planetis. Sehr geil. Von denen freu ich mich mega drauf, weil Goatland Saga, Mangaka, ist am Start, macht Sci-Fi-Setting. Ja, Mann. Für jeden, der es nicht weiß, Sci-Fi ist mein absolutes Lieblings-Setting überhaupt. Zwei Bände, ein Band, 18 Euro, ist natürlich wieder eine Hausnummer, Februar, 24, der ja... Aber zwei Bände. Easy. Und ich bin bei Planetis kurz vorm Ende. Mir fehlen irgendwie noch acht Kapitel oder so. Aber der hat ja nur 26, glaub ich. Also der ist sehr kurz. Mir fehlt wahrscheinlich so ein halber Band oder so. Ich find's schon geil bis jetzt. Ist bis jetzt noch nicht so weltbewegend für mich. Also hat schon... Ist ja noch das Vorgängerwerk, ne? Also... Ist das Vorgängerwerk. Aber viele finden's besser als Wendland Saga. Und ich weiß, dass der Braten am Ende nochmal richtig fett werden soll. Also ich hab noch keine, lange keine feste Meinung dazu. Aber ich fand zum Beispiel den ganzen Arc ein bisschen wack. So ein Drei-Chapter-Arc so. Fand ich zum Beispiel ein bisschen wack einfach. Ja, ist dann halt schwierig, ne? Also ich find generell immer schwierig zu sagen, das ist ja fast ein One-Shot. So, ne? Also wenn ich mir jetzt ein Taniguchi kaufen würde, wäre das ein One-Shot. Ein Taniguchi-One-Shot hat manchmal 20 Kapitel, so. Ähm, und dann denk ich mir, das dann zu vergleichen mit einer Reihe, die 26 Bände hat schon. Und zu sagen, es ist besser. Bro, du hast ja auch viel weniger Zeit, Fehler zu machen. Natürlich im Umkehrschluss hast du auch viel weniger Zeit, was Geiles zu machen. Aber ich würde sagen, es ist autorentechnisch prinzipiell leichter, in einer kurzen Zeit einen geilen Plotwist rauszuhauen, als reinzuscheißen. Boah, ich weiß aber nicht. Also ich denk mir, bei kurzen Werken kannst du halt lange nicht so viel Emotionen und Charakter aufbauen. Das ist, find ich, so der Vorteil von Anime und Manga, dass man so viel Zeit hat. Du kannst aber auch viel mehr Fehler machen, umso länger es geht. Ja, aber bei so kurzen Werken, also meistens, wenn ich so Einzelbänder lese, dann denk ich mir, ja, war geil, aber ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt voll krass berührt hat an irgendeiner Stelle. So, das ist fast unmöglich. Das kriegen die wenigsten irgendwie hin auf diese Länge. Boah, weiß ich nicht. Also ich, also wenn ich Einzelbände lese, inzwischen lese ich fast lieber One-Shots als ganze Reihen. Ist bei mir tatsächlich so, weil ich gemerkt habe, dass ich da viel mehr Zugang zu finde. Also ich kann es schneller lesen, ich kann es schneller greifen. Und ich habe jetzt auch bemerkt, dass ich bei Einzelbänden eher dazu neige, die mehrmals zu lesen, logischerweise, weil sie kürzer sind. Eri habe ich jetzt schon dreimal gelesen. So einmal vor ein paar Monaten, als du es mir empfohlen hast. Dann habe ich es direkt danach nochmal gelesen, weil ich es echt gut fand. Und dann habe ich jetzt für die Review tatsächlich einfach mal gelesen, um zu gucken, wie es auf Deutsch funktioniert. Und Eri zum Beispiel ist ein super, super guter One-Shot, aber längst nicht der beste, den ich gelesen habe. Was ist denn der beste, den du je gelesen hast? Der beste One-Shot, den ich je gelesen habe. Bruder, One-Shot. Ey. Ich muss jetzt echt drüber nachdenken. Also, was ich mega gut fand, kann ich schon mal sagen, war Emanon. Hast du den gelesen? Nee, aber habe ich Bock drauf. Geil, ist geil. Findest du den besser als Eri? Emanon fand ich besser als Eri, da kommt meine Review heute auch, so sage ich das auch. Interessant. Emanon fand ich besser als Eri. War für mich einfach philosophischer, aber ich kann verstehen, warum man es nicht besser als Eri findet. So, ne? Und was ich auch geil finde, aber da musst du im Mindstate sein. Niek hat zum Beispiel gesagt, ist der beste One-Shot, den er je gelesen hat, ist der spazierende Mann von Taniguchi. Ach, finde ich aber, ich habe den gelesen, finde ich geil, aber niemals besser als Eri. Oh, doch, spazierender Mann finde ich auch besser als Eri. Also, ich glaube, das kommt ganz drauf an, was du für ein Mensch bist. Ich glaube, das Ding, das habe ich mit Niek auch besprochen. Ich glaube, du brauchst eine gewisse, du musst ein Mensch sein, du musst ein gewisser Mensch dafür sein. So, einfach, du bist ein Mensch, der findet, spazierender Mann ist besser als Eri, oder du bist ein Mensch, der findet, Eri ist besser als spazierender Mann. Da ist auch nichts falsch an beidem, so, weißt du? Aber es ist eine Charakterfrage, glaube ich. Ja, ja klar, es ist immer eine Charakterfrage, aber ich weiß nicht. Also, ich habe noch kein Taniguchi-Werk gelesen, was ich besser finde als Eri. Oh, doch, ich fand Gipfel der Götter besser, ich fand spazierender Mann besser, ich fand Tomoji nicht besser, ich fand statt in das Mädchen nicht besser, das stimmt auch, ja, aber so eine 50-Prozent-Ratio ist er besser für mich gewesen bis jetzt. Aber, ja, was ist denn dein liebster One-Shot? Oh, es ist wahrscheinlich irgendwas von Asano, mein allerliebster One-Shot, Alter, das ist eine gute Frage. Okay, ich habe irgendwann mal eine Liste gemacht, aber es ist wahrscheinlich irgendwas von Asano. Ah. Ich finde ja zum Beispiel Girl on the Shore übertrieben scheiße, deswegen erscheinen sich halt auch wieder die Geister. Also, wenn man Girl on the Shore als One-Shot zählen will, dann ist das mein Lieblings-One-Shot. Wild, wie da unsere Meinung auseinander geht. Der ist so krass, Alter. Ja, krass eklig, Digger. Der ist perfekt. Also, wenn man das als One-Shot zählt, dann ist das meine Nummer 1. Der ist ja auch in meiner Top 20 oder so von allen anderen. Ja, ja, du hast den relativ weit oben gerankt. Wild. Was ich noch krass finde, ist Downfall, wäre bei mir auch weit oben. Mhm. Aber eigentlich, also Taco B könnte man ja auch als One-Shot zählen, der war wahrscheinlich so mein Platz 2 oder so. Aber eigentlich sind One-Shots-Dings nur 20 Seiten lang. Das ist, also, wir sagen immer One-Shots zu Einzelbänden und so. Das ist definitionstechnisch gar nicht so richtig, aber ist ja eigentlich egal. Dann machen wir halt eine neue Definition. Ja, machen wir ja generell immer in Deutschland. Ja, Mann. Was jetzt noch ansteht bei Carlson ist Saturn Return. Kennst du den? Weil das Cover sieht spannend aus, aber ich kenne den gar nicht. Saturn Return, nö. Aber klingt irgendwie, als ob das was mit diesem Mars zu tun hat, mit diesem Mars-Mangel. Den alle so geil sind. Akane Torikai. Was hat die denn gemacht? Eine Mangaka, die hat... Bro, die hat nichts gemacht. Die hat Saturn Return gemacht. Und Seven Deadly Sins. Ah, dann ist das Schmutz, weil Seven Deadly Sins ist absolut mit, Bro. Das ist irgend so ein Drecksschonen-Digger, der am Anfang ganz cool war, aber dann halt wie Naruto einfach alles verkackt hat. Und du hast halt gemerkt, dass der Typ keinen Plan hat, was er tut, so ein bisschen. Wobei, nee, die hat... Ach, keine Ahnung. Die hat das, glaube ich, gar nicht gemacht. Die ist nur in der gleichen News drin. Das könnte auch in dem Blühwerk sein. Vielleicht habe ich auch... Aber einfach mal kurz Seven Deadly Sins gehatet. Das war auch wichtig. Ich glaube auch nicht, dass es die gleiche Person ist. Das klingt nicht danach... Nee, nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Warte, 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 warte. Scheiß auf diesen Manga, Digga. Wenn wir den sowieso nicht kennen, wie juckt's? Also, hör mir zu. Dieser Mangaka hat gemacht. Saturn Return. Ja. Scheiß auf den. Lass über Ayashimon reden, was die Leute auf keinen Fall kaufen sollen, weil der wurde geaxed und keiner sagt es euch wieder mal, weil die Geld machen wollen mit Scheiße, die nicht beendet ist. Ich weiß nicht, welcher Verlag, aber Arschlecken, ich hasse solche Moves. Ja. Stehe ich hinter. Hat er recht. Auf jeden Fall nicht kaufen. Ist vom Hell's Paradise Mangaka, aber wurde mit Kapitel 36 oder so abgebrochen in der Shonen Jump. Holt ihn euch nicht. Ich finde es vor allem scheiße, dass es einfach nicht kommuniziert wird, dass man sagt, ey, wir holen diese abgebrochene Lizenz für jeden, der Bock hat. Wir bieten sie zu einem geringeren Preis an, weil sie ist abgebrochen. Das wäre ein Move, mit dem ich okay gehen würde. Weil es gibt abgebrochene Reihen, die bis dahin cool sind und wo es sich dann auch irgendwie lohnt, weißt du? Auch wenn es nicht weitergeht. Mega bombt. Ja, so mäßig, aber... Digga, dann sagst du es mir, weißt du. Das fuckt mich richtig ab, Bro. Ich hab das Gefühl, die rippen da einfach Leute, die halt einfach im Laden stehen und sich denken, boah, neuer Shonen sieht cool aus. Alter, Hell's Paradise Mangaka. Vor allem, die schreiben dann 100 Pro auch noch drauf, vom Macher von Hell's Paradise und so. Digga, zieht doch keine Kinder ab, Alter. Was ist los mit euch? Wir haben noch The Porn's Revenge. Kennst du das? Kenn ich nicht. Klingt eigentlich wie was, was du kennen würdest. Warte mal. Titel. Yeo arbeitet als Prostituierter. Eines Tages wird er zusammen mit einem anderen Mann von einem geheimnisvollen Typ man Digga, das ist ein Boys Love, Alter. Ich hör doch jetzt schon, Alter. Das ist schon wieder ein Boys Love, Digga. Was? Mann! Was wir noch kriegen... Ich fall aber auch immer rein. Was wir noch kriegen, ist Eyeshield 21. Ein Sportmanga von dem Dude... Das ist Egmont. Ach so, ja, dann lass da noch nicht drüber reden. Er kriegt die in der nächsten Folge. Wir kriegen Zipman 1 und 2, was auch immer das ist. Digga, Zipman ist schon draußen, aber Zipman ist schmodder, Digga. Ist auch abgebrochen worden, Bro. Ach so, hier steht Erscheinungstermin Juni. Genau das gleiche wie bei... Ja, vielleicht Band 2, keine Ahnung. Genau das gleiche wie bei... Bei Ding... Wo hab ich's gesagt? Was wurde abgebrochen? Bei diesem Hell's Paradise-Ding. Genau, bei Ayashimon. Zipman ist Müll, Bro. Hab ich auch beide Bände gelesen. Das ist komplett scheiße. Vielleicht ist es auch ein... Ah nein, warte mal. Du redest grad von... Du redest grad von... Zipman. Zedman oder Zipman? Zipman. Also... Z-I-P. Es ist so ein Reißverschluss, Dude, ne? Auf dem Cover und so. Äh... Ja. Ja, das ist schmodder. Genau das mein ich auch. Also scheiß auf Zipman. Der ist echt scheiße, Bro. Das ist, glaub ich, von Assistenten von My Hero Academia. Und es sieht doch voll aus wie My Hero Academia von... Sieht so aus. Ja, genau. Sieht so aus wie My Hero Academia. Schmodder, Digga. Lest den nicht. Ich hab beide Bände gelesen. War scheiße. Ist zurecht abgebrochen worden. War einfach voll langweilig und kacke, Digga. Ohne Spaß. Geil. Ah. Also nicht geil, aber geil, dass du das weißt. Was ihr euch holen müsst... Wer macht Beast Complex? Hayabusa oder was? Ne. Ähm, das ist Crunchy. Crunchy. Ja, machen wir auch nicht die Folge. Äh, was haben wir noch? Smoking Behind the Supermarkt macht aber Hayabusa, ne? Ey, ich glaube, ja. Digga. Ich hab's jetzt hier nicht... Den finde ich richtig geil, aber es ist irgendwie schwer, den euch zu empfehlen, weil ich weiß, dass viele von euch sich denken, so, ja, was ist das irgendwie, voll der Scheiß, weil das ist einfach ein hundertprozentiger Slice of Life und passiert einfach nicht mehr, als dass so ein Japaner immer in seinen Kiosk um die Ecke geht, wo er immer hingeht nach der Arbeit und dort halt einfach so ein bisschen seinen Einkauf macht und seine Kippen hinter dem Laden smoked mit der Arbeiterin von diesem Kiosk. Und diese Arbeiterin, die hat so ein bisschen so einen Emo-Style und die sind einfach Hobbies, ne? Aber die ist gleichzeitig auch eine andere Person, also ohne ihre Piercings und so, ohne ihre Schminke, sieht die halt einfach ganz normal aus und, äh, das ist einfach, weißt, manchmal zieht sie sich so emo-mäßig an, manchmal nicht und der Dude denkt, das sind zwei verschiedene Personen und dementsprechend tut sie ihn quasi die ganze Zeit verarschen und kommt manchmal als die und kommt manchmal als die und dann siehst du halt quasi, wie er mit der einen cool wird und wie er sich in die eine verliebt und die halt komplett verschiedene Standards unterzieht, so quasi, weißt du, die Frau, die ich liebe, zu der kann ich nicht ehrlich sein, da muss ich immer so tun, als wäre ich krass und die andere, die ist halt wie meine beste Freundin und so und so kommt halt so ein bisschen diese lustige Liebe zustande. Ey, bei mir klingelt jemand, ich muss kurz an die Tür. Alles gut, wir können die Folge hier eh beenden, also wir sind schon drei, viertel Stunden drin, das waren alle Lizenzen. Leute, bei uns dann klingelt's, ich sag tschüss, äh, er auch, tschüss.